Also Kunst im weitesten Sinne, aber auch Unterhaltung und Beschäftigung, gerade in schwierigen Zeiten. Das Stichwort heißt... Musical! Musical? Hast du das unterschrieben, Birgit? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Dann war es das jetzt, Che Guevara. Du wirst Leberkäse. Was machen Sie da? Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe nichts gemacht. Nein! Und Sie bringen die Terroristen und die Giftler daher? Ich finde das sehr unhöflich, aber ja auch. Und Führungskräfte und Kreative, Menschen halt. Und Pferde. Es ist ein integrativer Ansatz. Super, danke, jetzt bin ich wach. Gibt es irgendwas zum Trinken? Walter, warum bist du nicht mein Retter? Walter, du hast nichts und Teufelsrolle. Man muss das einfach akzeptanzen, auch wenn es wehtut. Da geht es ja um Erhaltung. Ich führe deine ganzen Ängste, das Universum und das Sperma. Ein Moment, wie ein Klischee, so schön, dass du dir heilig denkst. Das Bild ist einfach viel zu kitschig, wir zwei und wenn weiß, dann hängst. Leise hört man die Bewegung und das Wetter, das sich dreht. Unsere Körper und der Boden und das Fern ist der Planet. Was ist denn jetzt? Dicke, schwarze Regenwüsse knallen auf mein Pferdefell, auf mein Pferdefell.